So Freunde, weiter geht's und ich möchte euch jetzt in diesem Teil zeigen, wie das Ganze nun in Verbindung mit einer Datenbank läuft. Und auch wenn ich Gefahr laufe, mich dazu wiederholen, das tue ich ja in meinen Videos generell ziemlich oft, noch einmal der Hinweis, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei unserem simplen Beispiel sind, dann rufen wir da eben nur eine bescheuerte JSON-Datei auf, das heißt also letzten Endes eine Datei, in der eben nur Daten ausgegeben werden und genau dasselbe gilt eben später auch für unsere Datenbankdatei, auch wenn jetzt hier eben Code drin ist. Und warum sage ich das so oft? Die Sache ist, dass halt ich vor Ewigkeiten halt diese Kfz-Scheinwerfersuche gebaut habe, das heißt ich habe mir im letzten Jahr schon mal reingezogen, wie das Ganze mit Ajax lief. Jetzt wollte ich halt eben diese Foot-Klamotte machen und hatte den ganzen Kram schon wieder vergessen und habe halt eben tatsächlich gemerkt, scheiße Alter, ich brauche schon wieder zweieinhalb Tage, um mir das nochmal genau in den Kopf zu rufen, wie das Ganze überhaupt funktionierte. Und mit einer der Knoten in meinem Kopf war halt eben, dass in vielen Tutorials und so, die man im Netz findet, halt eben immer zwei Dateien da sind. Und die haben in meinem Kopf, warum auch immer, also ich sage ja deswegen auch, das ist jetzt ein Tutorial für Dummies und Anfänger da in dem Sinne, die haben in meinem Kopf, der halt eben nicht direkt ein Programmiererkopf in dem Sinne ist, sondern halt eher aus der Designer-Ecke von früher noch kommt. Ich habe mir das halt eben lange angeeignet hier. Jedenfalls hat mein Kopf dann immer daraus gemacht, dass ich halt nicht nur diesen Ajax-Call als solchen brauche, also diesen simplen hier, weil das ist ja wirklich ganz einfach. Und eigentlich letzten Endes, wenn man dann einmal kapiert hat, ist es tatsächlich sogar auch nicht mehr. Aber in meinem Kopf war dann halt immer, boah, ja da war dieser Ajax-Call und da war doch noch diese zweite Datei. Der Hintergrund ist der, dass in meinem Fall ich halt Daten damals auch mit Joomla ziehen musste oder bei XT-Commerce, wo man eine zweite Datei dann halt eben brauchte, um das zu machen. Aber halt das hat für mich diesen Einstieg eben erschwert. Und das, um es nochmal drauf runterzubrechen. Auch diese Datei hier, mit der wir jetzt gleich arbeiten werden, die den Connect zur Datenbank erstellt und so weiter und so fort, die macht letztlich nichts anderes, als hier am Ende des Tages Daten sauber wieder ausgeben. Das heißt, wenn ich diese Ajax-Database-Datei in einem Browser direkt aufrufe, also den Pfad zu dieser Datei kenne, dann kann ich hier diesen Aufruf starten und sehe, was sie mir jetzt ausgibt. Das sind also die Daten, auf die ich mit jQuery bzw. Ajax jetzt Zugriff habe. Gucken wir uns das mal eben an. Ich lasse euch die Dateien auch so da, damit ihr damit eben weiterarbeiten könnt, wenn es soweit ist. Wir haben hier ganz oben den Servernamen, Username, Passwort und Datenbankname. Ihr seht das in meinem Video. Ich lasse das jetzt auch mal nicht unbedingt da ausgegraut, weil ich werde das Ganze sowieso danach wieder löschen. Das heißt, wir verbinden uns hier zu einer Datenbank und machen hier eben mit diesem MySQLi. Das sind ganz normale Standards. Ihr seht, Create Connection. Ich habe mir das also auch von einer anderen Seite hier einfach kopiert von der PHP. Ich glaube, MyPAP oder wie die heißt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Also das sind Standards, wie man halt einfach hier eine Connection zu einer SQL-Datenbank aufbaut. Das heißt also, dieser Bereich hier ist eben nur dazu da, um unsere Datenbank zu verbinden, zu connecten. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, da liegt dahinter eben diese Datenbank, also nur eine kleine Datenbank mit der Tabelle Spieler. Da sind halt eben diese fünf Attribute drin. Eine ID, ein Name, Position, Stärke und der Marktwert. Insgesamt habe ich vier Datensätze eingepflegt, die wir jetzt theoretisch aus dieser Datenbank abrufen könnten. Gehen wir mal weiter. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal als allererstes nur die Verbindung erstellt. Ihr seht, ich habe hier noch ein bisschen was auskommentiert. Dazu kommen wir gleich. Und wir gehen jetzt in den nächsten Step und gehen hier als allererstes mal hin und starten in einer Variable den Aufruf Select Sternchen from Spieler. Das heißt also, in diesem Fall holen wir uns jetzt alle Daten. Mit diesem Sternchen holen wir eben alle Daten. Also nochmal, ich musste gerade kurz pausieren. Mit dieser Abfrage Select Sternchen from Spieler holen wir uns eben alle Daten aus der Datenbank. Datenbank und das eben hier packen wir in eine Variable rein. Denn hier bei Result werden jetzt die Daten letztlich erst gezogen. Wir erstellen hier die Connection zu unserer Datenbank, starten dann hier diesen SQL-Aufruf. Das heißt, in diesem Moment hier, wenn das hier passiert, dann packen wir in unser Result halt eben alles rein, was da quasi aus der Datenbank gezogen wird. Ich mache es jetzt mal eben relativ simpel. Das Zahl hier ist nur von mir da drin. Das brauchen wir jetzt nicht weiter beachten. Ich wollte da vorhin nur was testen. Ich nehme es mal eben hier raus. Als nächstes machen wir eine If-Abfrage. Die geht jetzt hin und fragt erstmal, wenn das Ergebnis, also die Anzahl der Reihen, der ruft ja hier unsere einzelnen Reihen ab aus der Datenbank, wenn diese Anzahl der Reihen größer ist als 0, dann sollte halt eben dieser Code hier passieren. Dann soll das passieren. Wenn wir halt keine Ausgabe haben, also eben in diesem Fall, wenn die Zahl der Reihen eben gleich 0 ist, weil wir keine Ausgabe haben, dann würde er uns hier unten als Ausgabe printen 0 Results. So weit wollen wir jetzt aber noch gar nicht gehen. Der nächste Punkt, den wir jetzt angucken müssen, ist, dass wir jetzt hier als nächstes, das gucken wir auch noch nicht an, als nächstes in dieser F-Abfrage alle unsere Daten aus der Datenbank ziehen mit einer Wildschleife. Das heißt, wir packen jetzt jeweils die Daten aus der Datenbank in die Variable row und rufen dann alle einzelnen Schleifen ab. Ihr seht jetzt hier diesen nächsten Aufruf. Ich habe jetzt hier nochmal ein Array gebildet, das Array Ausgabe. Und in diesem Array sind halt eben alle unsere Werte drin. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, denn wenn es später nicht funktioniert, also euer Ajax Call keine Ergebnisse liefert oder ausprintet, wie auch immer, dann liegt es in vielen, vielen Fällen daran, dass euer JSON oder eben euer Zusammenbau von dem Array hier eben falsch ist. Und da muss man halt ganz genau darauf achten, dass man das halt eben, wenn wir davon ausgehen, dass wir mit JSON arbeiten, dass man das halt eben ins entsprechende JSON-Format bringt. Man kann hier unter anderem auf dieser Seite jsonlint.com seine JSON-Datei einfach mal reinkopieren, auf Validate JSON klicken und wenn hier unten das Ganze grün wird, dann ist tatsächlich alles korrekt. Übrigens, ich hatte vorhin bei einem Video diese eckigen Klammer erwähnt. Diese eckigen Klammern erzeugen in JSON ein Objekt und diese geschweiften Klammern erzeugen halt eben ein Array. Das heißt, wir haben hier ein großes Objekt mit insgesamt vier JSON-Arrays da drin. Und was wir jetzt machen, das ist nämlich halt eben unser Problem, wenn wir jetzt hier diesen Kram mal eben rausnehmen und auch das hier mal eben rausnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt hier an dieser Stelle hin und machen mit einer Schleife, die durchlaufen wir so oft, dass es eben Ergebnisse gibt. Da wir oben keine genauere Spezifizierung vorgenommen haben, wird er uns jetzt alle Ergebnisse aus der Datenbank ziehen. Diese habe ich dann in das Array Ausgabe gepackt. Also das heißt, ich habe eine Variable erzeugt, die habe ich Ausgabe genannt. In dieser Variable befindet sich ein Array, also heißt letzten Endes ein Karton oder ein Container mit Daten. Und in diesem Fall ist das jetzt hier der Inhalt-ID und den rufen wir ab über Row-ID. Das heißt, ihr seht hier, wir weisen immer diese abgerufenen Rows der Variable Row zu und können jetzt hier eben mit der ID den entsprechenden Wert aus unserer Datenbank ziehen. Das sind letztendlich ganz normale Aufrufe, wie ihr die vielleicht schon öfter gemacht habt, wenn man Daten aus einer Datenbank zieht. Das heißt also, wir mappen jetzt den Inhalt einer Zeile in ein Array. Das heißt also, den Wert aus unserem ID-Feld, den mappen wir auf den Schlüssel-ID in unserem Array. Das ist also hier ein, ich glaube, assoziatives Array heißt es dann. Also das heißt, hier haben wir eins, wo wir benannte Schlüssel- und Wertepaare haben. Wir könnten ja auch eins haben, wo es einfach nur hochgezählt wird. Wenn ich hier fünf Werte hintereinander reinpacke in dieses Array Kirsche, Apfel und Holunder, dann habe ich halt quasi 0, 1, 2. Das wären dann meine drei Werte, die könnte ich dann über Array 0 zum Beispiel aufrufen oder Array 1. Und hier in diesem Fall, wenn ich hier einen Wert draus haben will, dann müsste ich jetzt halt zum Beispiel nicht abrufen Array 0, sondern Array Name. Und der würde mir den Inhalt aus dem Namen dann abrufen. Das ist jetzt nur mal eben so ganz einfach, simpel erklärt, weil wir wollen ja hier keinen Grundkurs MySQL machen. Das letzten Endes kann man sich auch in vielen Fällen wieder irgendwie so zusammen kopieren. Das habe ich letzten Endes ja mehr oder weniger hier auch gemacht. Das heißt also, wie gesagt, wir haben also jetzt hier erstmal ein Array mit unseren ganzen Daten drin. Und innerhalb dieser Daten machen wir jetzt mal eben hier die Ausgabe und machen hier mal eben ein. So, und wenn wir das jetzt mal eben aufrufen in unserem Browser, dann seht ihr, jetzt haben wir hier kein JSON mehr, sondern wir rufen jetzt hier quasi ein Array auf. Und ihr seht, ich habe das Array jetzt außerhalb des Wildscopes dann da aufgemacht. Das heißt, also ihr seht jetzt hier, haben wir nicht mehr alle vier Zeilen abgerufen bekommen, sondern nur noch eine und zwar die allerletzte. Das ist also nicht das, was wir haben wollen. Wir gehen also jetzt nochmal rein. Ich will euch jetzt nur mal kurz zeigen, wie die Daten hier zusammenspielen. Wir packen das jetzt also mal in unsere Wildschleife mit rein. Und jetzt gibt er uns halt eben das Ganze als Array aus. Das heißt, jetzt sind alle Werte in einem großen Array drin. Wenn wir jetzt mal hingehen und das Ganze als JSON ausgeben wollen. Und jetzt machen wir hier mal Echo. Das ist eine tolle Funktion, die es auch in PHP gibt, JSON-Encode. Und die wird jetzt dieses Array, was wir hier gebildet haben, in ein JSON-String umverwandelt oder in ein JSON-Objekt, wie auch immer man das jetzt da richtig benennt. Und ihr seht jetzt hier, wunderbar, da haben wir jetzt hier unser Ding alles klar. Das heißt, hier haben wir den ersten Container, die erste Reihe. Da ist ID, Name, Position, Stärke und so weiter und so fort. Aber, und jetzt gehen wir mal hin und machen jetzt das, was ich gerade gesagt habe. Ich kopiere mir das Ganze jetzt mal. Und packe das bei JSON-Lint zum Beispiel rein. Um da mal einfach zu testen, ob mein JSON-File hier valide ist. Und ihr seht schon, ach du Scheiße, ne, Kacke. Der ist nicht valide. Und woran liegt es? Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, dann ist das, was mir jetzt hier gepasst worden ist, eben nicht das, was ich erwartet habe. Wenn ich jetzt hier mal reinschaue und mir meinen Test-JSON-File angucke, dann sehe ich hier, ist einmal dieses JSON-Objekt mit der eckigen Klammer und diese einzelnen JSON-Arrays oder diese kleinen Kästchen mit den Inhalten sind jeweils nochmal Komma separiert. Wenn ich mir das jetzt in meinem Beispiel anschaue, dann seht ihr, hier fehlen einerseits zwischen diesen Arrays fehlen die Kommas und auch die geschweifte Klammer ist jetzt nicht dabei. Und da habe ich auch wieder Ewigkeiten dran gesessen. Deswegen kann ich euch das jetzt hier auch so eindringlich nochmal mit ans Herz legen. Wenn später hier eure Ausgabe nicht funktioniert, ich mache das jetzt einfach mal hier und aktualisiere mal und ihr kriegt hier ein Error oder ein Undefined oder sonst irgendwas, dann liegt das in 99,9% aller Fälle daran, dass euer JSON-File halt einfach nicht valide ist. Also das, was ihr hier rausbekommt, damit kann dann in diesem Fall in jQuery nicht so wirklich gearbeitet werden. Das heißt also, auch mit diesem Fall kann ich jetzt hier nicht so wirklich großartig was anfangen, denn da werde ich kein sauberes Ergebnis rausbekommen. Ihr seht jetzt hier schon, wenn ich jetzt einfach mal Data ausprinte, dann bekomme ich auch immer noch einen Error und das liegt in vielen Fällen eben daran, dass der JSON-File nicht wirklich funktioniert. Auch, und das ist halt der Clou bei der Sache, wenn ihr draufklickt in Firebug und das jetzt mit dem offensichtlich falschen JSON-File, wir haben den ja schon validiert gerade im JSON-Lint und wir gucken hier im Firebug an, das hat mich auch erst auf die falsche Fährte geführt, dann bekommt ihr unten trotzdem noch den Reiter JSON angezeigt, der euch erstmal ahnen lässt, okay, eigentlich ist mein JSON ja korrekt, weil das sieht ja auch gar nicht so falsch aus. Und manchmal ist es nämlich auch so, wenn euer JSON-File jetzt total corrupted ist und also überhaupt gar nicht mehr aussieht wie ein JSON-File, dann erscheint dieser Reiter auch nicht, was einen letzten Endes dann dem Irrglauben verfallen lässt, yo, alles klar, wenn hier unten der Reiter JSON in meinem Firebug drin ist, dann werde ich ja wohl einen validen File haben, aber dem ist halt eben nicht so und dann kriege ich auch keine saubere Ausgabe. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehen würde und dann das ganze Komma separiert dahin schreiben würde, würde das halt eben wieder funktionieren. Aber das klappt halt eben so in diesem Fall nicht. Wir wollen also jetzt hier in diesem Fall, müssen wir einmal eben unsere eckige Klammer außenrum bekommen und eben noch zwischen diese Array-Positionen hier dann auch noch Kommas dazwischen, denn wir wollen ja jedes dieser abgerufenen Ergebnisse als einzelnes Array oder ein Komma separiert da drin haben. Ich kann euch sagen, da habe ich Ewigkeiten dran gewurschtelt. Dabei ist es gar nicht so schwierig, wenn man weiß, wie es geht. Das heißt also, ich mache mal hier eben alles rückgängig, was ich vorhin alles kaputt gemacht habe hier. Was wir zuerst machen, ist außerhalb unseres Variablen, also außerhalb unserer Wildschleife, einmal das Array-Ausgabe schon vorab belegen. In dem Fall machen wir das einfach, dass wir hier die Variable Ausgabe schreiben und dahinter Array mit diesen beiden Klammern. Das heißt, wir erzeugen jetzt vorab schon das Array-Ausgabe außerhalb dieser Schleife. Was sich hier drin jetzt ändert, ist, dass wir zusätzlich hier hingehen und hier diese beiden eckigen Klammern hinsetzen. Wir geben dadurch jetzt unser Ergebnis als Array aus in den eckigen Klammern und ganz unten machen wir jetzt außerhalb der Wildschleife die Ausgabe echo.json.encode. Wenn wir das jetzt abspeichern und uns anschauen, dann, oh Wunder, haben wir jetzt hier unsere eckige Klammer außenrum und auch diese Kommas dazwischen. Und wenn wir jetzt diesen Pfeil nehmen und wir dazu einen json-lind Das hört sich an wie ein Musiker oder so, json-lind. Wenn wir das jetzt da reinpacken, seht ihr, wir bekommen einen validen JSON-File. Und wenn wir jetzt hier einen Aufruf starten, dann wird dieser auch funktionieren. Also jetzt hier im Moment bekommen wir noch Object, 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 weil das Ganze noch nicht sauber eingerichtet ist. Aber wir bekommen auf jeden Fall schon mal kein Error mehr. Wir bekommen einen Success. Denn wir haben hier, wir erinnern uns, wir schauen zurück in diese Datei, hier Alert Data ausgegeben. Also wir geben jetzt alles aus, was in unserer JSON-Datei da gezogen worden ist. Und das heißt, das funktioniert. Warum funktioniert es? Weil eben unsere JSON-Datei jetzt richtig formatiert ist. So, und nochmal eben zum Mitschreiben, weil wir es anfangs so eingängig eben erwähnt haben. Wir wechseln hier immer zwischen diesem Reiter. Ihr seht, dass wir zwar hier eine Programmierung in unserer Ajax-Database PHP drin haben, dass aber, wenn wir eben diese Datei ausführen, letzten Endes dieses Ergebnis rauskommt. Das heißt also, ich könnte jetzt im übertragenen Sinne auch einfach den ganzen Kabimsel hier kopieren, in meine Ajax-Database-Datei reingehen und hier oben anstatt der PHP halt eben eine JSON-Datei aufrufen und das Ganze so dann eben da rausholen. Wobei, macht jetzt halt dabei nicht so wirklich viel Sinn. So, das heißt, jetzt haben wir in erster Linie erstmal komplett alles ausgegeben. Das wollen wir so ja nicht. Ich will jetzt nicht einfach hier die Data ausprinten von Komplett. Ihr seht ja, da kommt dann auch nur ein Object bei raus. Jetzt können wir im Endeffekt dieselbe Notation anwenden, die wir schon vorab benutzt haben in dem vorherigen Beispiel. Das Einzige, was jetzt da unterscheidet, ist, wir schauen nochmal rein und gucken, nehmen jetzt nochmal Firebug zur Hilfe mit der offensichtlich korrekten Datei. Ups. Und ihr seht, das geht hier gerade gar nicht. Wir probieren es mal eben, indem wir jetzt hier einmal was ausgeben. Das heißt also, ihr sollt jetzt den Namen vom ersten Spieler ausgeben, in diesem Fall Testspieler. Und das passiert dann auch. Okay, alles klar, es ist doch richtig. Ich weiß jetzt nicht, warum der hier in meinem Firebug gerade nicht die JSON-Datei ausgibt. Egal, er kennt es anscheinend. Jetzt ist, obwohl die Datei ein valider JSON-File ist, sagt jetzt mein Firebug, nö, ist keiner mehr. Warum auch immer, egal. Manchmal ist Firebug da ganz hilfreich. In diesem Fall führt das Ganze jetzt etwas in die Irre. Wir müssen also jetzt mal eben hier schauen. Das heißt, wir sehen hier unsere Klammern. Das ist jetzt eben unser Objekt. 0. Dann Komma separiert dahinter. 1, 2 und die 3. Wenn wir jetzt also hier reinschreiben würden, Alert Data 3, dann bekommen wir jetzt den nächsten Testspieler ausgeliefert. In diesem Fall 0, 1, 2. Das müsste jetzt sogar Testspieler 4 dann sein, in der Ausgabe eigentlich. Ja, dem ist auch so. Das heißt also, ihr seht jetzt, wir bekommen jetzt hier mit diesem Aufruf ganz, ganz simpel unsere Daten geliefert und haben jetzt quasi das aller, 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 aller einfachste Ergebnis erzeugt. Das heißt, wir rufen jetzt hier einfach nur irgendwelche Daten auf. Jetzt können wir das Ganze natürlich noch eben etwas spezifizieren. Und jetzt kommen auch das erste Mal, diese Sachen hier zum Tragen. Übrigens ganz wichtig, das funktioniert übrigens, glaube ich, auch nicht. Das hatte ich nämlich auch noch eingefügt, bevor wir das vergessen. Ich teste es mal eben. Genau, wir müssen jetzt, wenn wir die Daten aus der Datenbank ziehen und nicht mehr mit einem nativen JSON-File arbeiten, wie wir es im ersten Beispiel gemacht haben, dann ist jetzt ganz wichtig, dass wir hier den Data Type, wie ihr das hier seht, mit unterbringen. Wir müssen also jetzt sagen, dass die Daten, die wir zurückerwarten in unserem Success vom Typ JSON sind. Ansonsten kriegt ihr ein Undefined zurück. Ihr habt das gerade gesehen. Nur, wenn ich hier den Data Type JSON setze und jetzt hier nochmal aktualisiere, bekomme ich auch den Testspieler 4. Das sind alles so kleine Fallstricke, die mir hier beim Machen des Videos aufgefallen sind. Also hierbei ist es wichtig, den Data Type festzulegen. Also zu sagen, wir erwarten hier Daten vom Typ JSON zurück. Wenn wir das simple Beispiel haben, dann ist der Data Type hier nicht unbedingt vonnöten. Genauso wie eben diese beiden Sachen, wie Type und Data hier nicht vonnöten wären, weil wir brauchen hier ja letztlich erstmal gar nichts. Aber kommen wir jetzt auch zurück, um auch verständlich zu machen, wofür sind diese beiden Bereiche hier Type, Post und Data überhaupt. Und da kommen wir jetzt dazu, eben, dass ich auch in einem der ersten Videos erwähnt habe, wir können jetzt von hier aus, von unserem Ajax Database, Daten übergeben, um diese nutzbar zu machen, um Daten wieder aus einer Datenbank rauszuziehen. Das jetzt fängt das Ganze eben erst, wirklich interessant zu werden, denn einfach nur irgendwas ausprinten, das ist ja Kindergarten jetzt, geht es halt ans Eingemachte, indem wir jetzt eben die Werte hier raus benutzen. Das heißt also, wir haben jetzt hier im Hintergrund, dann hängen eben den Aufruf zu unserer Datenbank. Wir erinnern uns, da sind vier Spieler drin, Testspieler 1 bis 4, und halt eben IDs. Wir gehen aber jetzt mal hin und sagen, wir schreiben hier mal rein Name, passt ja, das entspricht eben unserem Spaltennamen in der SQL-Tabelle und schreiben jetzt hier mal rein, Testspieler 1. Das heißt, wir übergeben jetzt in der Post-Variable Name dann den Wert Testspieler 1. Das macht jetzt hier noch gar nicht so viel Sinn, das macht aber hier gleich ein bisschen Sinn, denn wir können diesen Wert später hier aufrufen. Das heißt, wir gucken jetzt mal da rein und testen das mal. Testspieler 4, wunderbar, toll. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir, dass wir als Post-Wert Name Testspieler 1 übermittelt haben. Und jetzt gucken wir mal da rein in unsere Programmierung hier in der Ajax-Database. Und ihr seht hier oben, was ich da mal so stiefmütterlich behandelt habe. Und ich habe es hier noch als Get. So, und das heißt, wir holen jetzt hier in unserer Datei den Wert, den wir mit Post via Ajax-Star übermitteln. Das heißt, also wir schreiben diesen Wert jetzt in unsere Variable rein. Wir nennen diese Variable jetzt auch sinnvollerweise mal Name. In der Variable Name befindet sich jetzt also in diesem Fall, wenn wir das jetzt so ausfüllen, der Wert Testspieler 1. So, das Ganze macht jetzt noch nicht wirklich Sinn, weil wir natürlich jetzt eben das auch zusammenführen müssen. Wenn wir jetzt also hier gucken. Ups. Ich meine, das geht es ja auch gar nicht. Ich glaube, wir kriegen den Wert hier jetzt gar nicht direkt mit, weil ich den ja hier nicht übermittelt habe in dem Sinne. So, das heißt, ihr seht jetzt hier den Wert in dem Sinne nicht. Einen Moment, wir machen das mal hier. Da gibt es, glaube ich, noch eine ganz nette Funktion, die einem dabei hilft. Da dürfen wir übrigens auch keine Fehler machen. Ihr seht, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, wo ein Fehler passieren kann. Ihr seht, ich habe da einfach ein Echo reingeschrieben. In dem Moment, wo ich jetzt hier ein Echo reinschreibe und etwas von meiner, äh, von der Struktur meiner Datei, die hinten ausgegeben wird. Also, das soll ja hier ein simpler JSON-File bleiben. Sobald ich hier etwas von der Struktur verändere oder eine Leerzeile oder so einbauen, habe ich hier vorne natürlich einen Undefined zu erwarten, weil es eben kein sauberer JSON mehr ist, ne? Also, das nur mal kurz am Rande. Sobald ich hier irgendwo ein Echo mit reinprinte, das, wie gesagt, ist wieder der Kasus-Knack, das, den man dann da im Kopf behalten muss. Das heißt, also, ich habe jetzt hier gerade den Namen ausgeprintet. Ich mache es trotzdem nochmal, auch wenn wir dann jetzt einen Fehler bekommen. Ich hoffe, wir können das hier mal eben nachstellen. So. Wir kriegen jetzt hier einen Error. Aber ich meine, ich kann hier die Seite mit der rechten Maustaste in einem neuen Tab öffnen und sehe jetzt hier genau, okay, so können wir es ein bisschen begreifbarer machen, damit das für euch nachvollziehbarer ist. Das wäre, wie gesagt, für mich dann auch immer so eine Problematik. Wir sind jetzt hier in der AJAX-Database. Diese Datei rufen wir letzten Endes auf, ja. Das heißt also, in der AJAX-Database passiert also quasi das, was ich gerade gesagt habe oder was wir hier eben eingebaut haben. Das heißt, wir übergeben den Data-Type, wir übergeben den Type-Post und da drin einen Inhalt mit dem Schlüssel-Name und dem Wert Testspieler 1. So, das war mein Hund. Das übergeben wir halt. Und jetzt müssen wir ja eben das Ganze für euch sichtbar machen und das geht halt eben auch ganz nett mit Firebug, wenn ich jetzt hier, wie gesagt, nochmal aktualisiere. Dadurch, dass ich eben da die Zahl mit ausgebe, eben diesen Post-Wert, ja, den wir hier definiert haben. Wir haben jetzt hier oben gesagt, unsere Variable Name ist der Inhalt des Wertes aus dem Feld Post-Name, also Testspieler 1. Wir printen also hier Echo Testspieler 1 raus. Wir können das, wenn wir die Datei direkt aufrufen, nicht nachstellen, weil ja eben kein Wert per Post übergeben worden ist. Wir können das nur machen, wenn wir die Datei jetzt aufrufen. Dadurch erzeugen wir natürlich den Fehler, weil er Testspieler 1 davor setzt. Ist jetzt aber erstmal Lattenkacken. Wir gehen da drauf und sagen jetzt hier rechte Maustaste in dem Firebug und in einem neuen Tab öffnen. Jetzt öffnet er uns diese Ajax-Database zusammen mit dem übergebenen Post-Wert und ihr seht, das ist Testspieler 1. Das nur mal kurz jetzt zur Herleitung. Wie gesagt, ich erinnere immer nur daran für diejenigen von euch, die jetzt schon genervt sind, das Ganze soll für Dummies sein und die damit eben noch nie was gemacht haben. Wir nehmen das hier oben jetzt raus, weil wir wissen also, der Wert unserer variablen Name ist aktuell Testspieler. Und jetzt kommen wir eben zu dem Bereich, den ich hier so vorhin ausgeklammert habe, denn es macht ja keinen Sinn, letzten Endes jetzt einfach wild aus unserer Datenbank irgendetwas zu ziehen und zu sagen, ja, wir ballern jetzt hier 125 Lines raus, einfach weil wir es können. Das haben wir hier in Zeile 18 bisher gemacht. Wir haben also alles aus unserer Spielertabelle rausgeholt, aber genau das wollen wir eben nicht mehr tun und sagen, Wiedersehen und kommentieren jetzt die Zeile hier wieder so weit aus, dass wir diese benutzen können und haben jetzt hier unseren SQL-Aufruf Select alles, also alle Daten aus unserer Spielertabelle Where und jetzt kommt halt hier das erste Mal so eine Abfrage, wo wir dann filtern. Das sind diese ganz üblichen MySQL-Filter, auf die gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein. Auch das könnt ihr halt online zum Beispiel googeln, wie man Daten aus einer MySQL-Tabelle raussucht. Ganz, ganz simpel halt. Wir machen hier eben das ganz einfach, indem wir sagen, Select alles aus der Tabelle Spieler, Where und in der Tabelle Spieler hier jetzt wäre der, wo der Name, also der Inhalt unserer Spalte Name ist so wie oben unsere variable Name. Das würde jetzt bedeuten, dass wir jetzt hier einen Abruf machen, der sucht jetzt alle Werte oder alle Zeilen aus unserer Tabelle raus, in der das Feld Name Testspieler 1 ist. Das heißt, wir filtern also jetzt hier letzten Endes unsere Tabelle. Das heißt, er geht jetzt hier durch und sagt, okay, das Feld Name, das sollte ich also filtern, Testspieler 1. Er wird uns also jetzt hier genau diesen Wert nur noch rausgeben. Das können wir jetzt auch direkt einmal überprüfen, indem wir die Datei einmal aufrufen. Ich speichere das mal. Ups. Ach ja, klar, logischerweise blöd. Ich bin auch blöd, denn ich habe jetzt ja hier wieder denselben Fehler gemacht wie vorhin schon. Ich habe ja gar keinen Postwert mit übergeben, deswegen kann er natürlich auch jetzt gar nichts mehr finden, denn jetzt funktioniert das Ganze hier so eben nicht. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal eben die Ajax-Database aufrufen und wissen jetzt ja, dass wir da die Testspieler 1 eingegeben haben. So, und wenn wir jetzt hier dann einmal aktualisieren, dann sehen wir oben schon in unserem Firebug, es gibt da einen kleinen Fehler und der sagt mir, Alert Data 3 ist undefined und das ist ja auch logisch, denn wir rufen jetzt ja quasi nur noch ein Ergebnis aus unserer Datenbank auf. Das heißt also, jetzt kann ja auch da nicht mehr großartig was kommen. Es passt ja nur ein Testspieler da rein und dann passt auch eben Alert Data 3 nicht mehr. Das heißt also, wir sagen jetzt hier einfach Alert Data Name. Das sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Das ist auch noch und die Feind. Das heißt, wir gucken jetzt mal, ob das, ja. Okay, wir hatten jetzt hier ein Objekt erzeugt. Wir müssen da jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen, wie wir eben unsere Daten hier zusammenstellen. Das heißt also, ich müsste mal eben kurz nachschauen, ob, wenn ich jetzt hier, das, ihr seht, ich bin da auch noch nicht ganz so firm drin, wenn wir jetzt nur hingehen und das mal in den JSON-Lint, unseren guten Freund, wenn wir dem das mal zum Fressen geben und dann schauen, mein Lieber, was er uns sagt, ob das so valide ist. Ja, das wäre valide. Das heißt also, wir können also jetzt hingehen, wenn wir nur dieses eine Ergebnis haben, dann brauchen wir da auch, glaube ich, gar nicht so eine komplexe, bescheuerte Abfrage in diesem Fall machen, also die jetzt hier mit Data 0 ist, denn wir haben ja nur ein Ergebnis. Dann könnten wir in diesem Fall jetzt hier diesen ganzen Krams mit dem Array wieder rausnehmen, denn wir haben ja, wie gesagt, eh nur ein Ergebnis zu erwarten. Dann sollte unsere Ausgabe wieder eine andere sein und wir dürften jetzt auch hier trotzdem ein Ergebnis bekommen. Das ist der Fall, werden wir natürlich jetzt hier das Data 0 auch wegnehmen, damit es eben kürzer ist. Das nur mal, um euch zu zeigen, also wie ihr die Daten dann da aufruft, ob ihr jetzt halt eben dieses Data 0, das hing halt eben damit zusammen, dass ich halt eben noch ein Objekt dann eben erzeugt habe, beziehungsweise ein Array, das hatte halt eben die Nummer 0 und darin war erst der Name und jetzt in diesem Fall haben wir halt eben nur diesen kleinen Data-Bereich. Ich denke, das wird halt aus dem Beispiel jetzt relativ klar, hoffe ich zumindest. So, wir können das Ganze natürlich jetzt hier noch etwas verändern, indem wir jetzt hier noch hingehen und das Ganze so machen, dass wir hier den Wert aus dem Feld abrufen und wir gehen jetzt mal hin und sagen, wir erweitern das Beispiel jetzt und hier unten seht ihr unseren Input Type mit der ID Trigger. das heißt, wir sagen jetzt hier so, Trigger. Nein, ich bin jetzt hier nicht ganz so sauber, das sollte man natürlich etwas ordentlicher machen. So, sollte es passen. So, das heißt, wir haben jetzt hier die Change Function angebaut, das heißt also in dem Fall, sobald jetzt hier in unserem Trigger etwas verändert wird, also sobald wir da eine Eingabe machen und das Feld dann wieder verlassen, startet die Suche und erstellt uns ein Ergebnis. Das heißt, das machen wir jetzt mal. Das jetzt müsste kein, jetzt darf kein automatisches Ergebnis mehr kommen, also das heißt, jetzt seht ihr kein Alert Feld mehr und erst jetzt, wenn ich hier was reinschreibe und jetzt das Feld wieder verlasse, seht ihr, wird mein Testspieler 1 ausgegeben. Jetzt haben wir halt das erste Mal auch eine User Interaktion dabei, aber eben noch keine wirklich sinnvolle. Der gibt uns ja immer noch nur Testspieler 1 aus. Jetzt werden wir hingehen und einen weiteren Punkt noch anpassen. Wir gehen also jetzt hin und erstellen eine neue Jack-File-Variable und diese Variable nennen wir jetzt halt eben Variable Spieler Name gleich und das müsste jetzt so funktionieren. So, das heißt, wir haben jetzt die Variable Spielername erzeugt und in diese Variable Spielername packen wir den Inhalt aus unserem Input Feld mit der ID Trigger. Ihr seht das hier unten, ID Trigger. Wenn ich jetzt also in dieses Input Feld Testspieler reinschreibe, Testspieler 1 zum Beispiel, dann sollte das auf die Variable Spielername gemappt werden. Wir machen das jetzt mal eben bevor wir weiterbauen. Netzt sind dafür immer dann halt eben diese Alerts. Machen wir mal eben und sagen jetzt Alert Spielername. So, alerted wird erst, wenn wir da was eingegeben haben. Das heißt, also wir machen das mal kurz. Aktualisieren hier. Coco. So, er gibt uns jetzt, er alertet uns erst den Spielernamen und jetzt danach Testspieler 1, weil wir zwei Alerts drin haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier Testspieler 1 reinschreiben und das Feld verlassen, gibt er uns auch Testspieler 1 aus und das halt eben nochmal. Nur eben zum zeigen, wie wir jetzt halt eben weiter vorgehen. Und jetzt kommt der Casus Knacktus. Wir gehen jetzt hier den Alert, dann nehmen wir raus und gehen jetzt hier an unseren Data Type, also hier, wo wir Daten mit Post übermitteln wollen. Und in diesem Fall wollen wir jetzt halt hier eben unseren Testspieler 1 übergeben und das machen wir indem wir hier dem Data Type bei Name die Variable Spielername zuweisen. So sollte das jetzt hoffentlich funktionieren. Wenn nicht, haben wir gleich was zu suchen. Er gibt uns jetzt einen Error aus. Das liegt sicherlich daran, dass ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Tja und ihr werdet es nicht glauben, aber ihr seht es an der Uhrzeit. Ich habe jetzt hier nochmal eine ganze gewisse Zeit mit der Fehlersuche verbracht und wer von euch aufmerksam zugeschaut hat und das habe ich jetzt gerade auch getan und hätte ich also viel eher tun sollen. Ich habe mir den Rest meines Videos nochmal angeschaut und habe mir den ganzen Code umgestellt und so weiter und so fort. Was ich gemacht habe, war einfach ich habe das reingeschrieben und bekomme nun einen Error und habe natürlich wieder begonnen zu suchen. Ja, warum funktioniert denn jetzt denn er scheißt denn schon wieder nicht? Ja, und warum funktioniert er nicht? Weil ich einfach ein Idiot bin und da oben nicht Testspieler sondern Testspieler eingetragen habe. So kann man auch seine Zeit mit Suchen verbringen, denn wenn ich jetzt Testspieler 1 eintrage, dann findet er das eben auch oder Testspieler 3. So und ich kann das Ganze natürlich jetzt noch eben weitermachen, das heißt also ich könnte jetzt hier hingehen und sagen ich will halt zwar nach dem Spielernamen suchen, und ich möchte aber nicht seinen Namen ausgeben lassen sondern in diesem Fall seine Stärke und wir erinnern uns das Ganze wird ja eben aus den JSON-Daten geholt. Die JSON-Daten sind halt hier so formatiert und die Stärke ist halt eben mit AE geschrieben. Ich denke wer jetzt aufmerksam zugeschaut hat wird den Punkt da schon erwischt haben. Wenn ich jetzt also hier Testspieler 4 reinschreibe dann bekomme ich nun seine Stärke angezeigt. Eben was ihr seht hier, wir haben jetzt hier eine Suche in der Datenbank ohne dass wir oben einen Reload gemacht haben und jetzt hat es endlich funktioniert. Ganz ganz wichtig, warum habe ich gerade diesen Error bekommen und was macht man da? Also ich habe jetzt hier einfach das Falsche eingegeben. So das heißt also wenn ich da ich habe jetzt eben keinen JSON zurückbekommen. Das heißt also jetzt dadurch dass ich jetzt hier oben Scheiße eingegeben habe war meine Datenbank Abfrage natürlich nicht erfolgreich. Wenn ich jetzt hier wieder den Firebug zur Hand nehme der halt eben bei so suchen mein bester Freund ist dann gehe ich hier hin und sage in neuem Tab kopieren in neuem Tab öffnen und sehe meine Ausgabe ist 0 Results. Das bedeutet wenn ich jetzt hier eine analytische Fehlersuche betreiben wollen würde dann sehe ich also hier dass ich hier schon den Fehler bekomme das anscheinend gar keine richtige Ausgabe gegriffen hat. Also ich zeige euch nochmal kurz wie man da einem Fehler auf die Schliche kommen könnte dass man halt hier zum Beispiel den SQL nochmal ausgibt und eben halt hier sagt Echo SQL dadurch gehen wir natürlich hin und erzeugen jetzt definitiv auch auf jeden Fall wieder ein defektes Ausgabeergebnis wenn wir jetzt Testspieler wenn wir jetzt sogar was richtiges reinschreiben kriegen wir jetzt trotzdem Error warum weil halt eben wenn ich mir jetzt hier die Datei wieder anschaue in neuem Tab Select dann habe ich jetzt die Select Ausgabe gemacht und sage Select from Spieler where name Testspieler 2 das heißt ihr seht jetzt ah alles klar die Ausgabe hat aber funktioniert warum funktioniert es jetzt halt eben nicht weil ich halt hier an dieser Stelle einen JSON zurück erwarte und das kann er halt eben so nicht ausgeben weil das hier ist eben kein JSON so das heißt also ihr habt jetzt gesehen in den Parts wie kann man jetzt hier das sauber durchsuchen wie kann ich jetzt hier das Ganze auch in meiner Datenbank anwenden wir können jetzt hinterher später noch in einem weiteren Video dann nochmal genauer uns anschauen wie man so Suchoperationen durchführt aber hier beschließe ich das Ganze jetzt erstmal wie man halt eben hier jetzt relativ simpel Daten aus der Datenbank zieht und diese dann auch relativ einfach zur Ausgabe bringt wir können das Ganze hier zum Beispiel jetzt eben nochmal einen ganz kleinen Tacken verschönern indem wir sagen alles klar wir wollen auch jetzt hier wie bei unserem vorherigen Beispiel das Ganze dem Ergebnis Diff zugehörig machen und sagen dann da Append und in diesem Fall jetzt wieder ein P die da hinten auch noch eins damit das ganze richtig ist hier noch hin und so Wenn wir jetzt hier etwas eingeben, dann wird das Ganze nicht mehr als Alert ausgegeben, sondern gar nicht mehr. Machen wir es einfach mal nur mit der Stärke. Irgendwo wird jetzt hier Mist gebaut. Und ich bekomme wieder einen Error. Ach, ja natürlich, jetzt kann es auch hier nicht funktionieren. Ihr seht, auch hier hat mir Firebox jetzt wieder geholfen, weil ich halt eben hier noch dieses Echo SQL drin habe, war jetzt das, was ich zurückbekomme, halt eben kein JSON an der Stelle. Und jetzt geht es auch. Jetzt werden da oben die Ergebnisse ausgegeben. Er edit jetzt immer unten weiter dran. Man könnte das Ganze jetzt halt weiter spinnen und dann bis ins Detail ausarbeiten. So weit wollen wir jetzt nicht gehen. Das reicht erstmal bis hierhin. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.